Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat Palm das Palm Pre gezeigt und Area Mobile hat eine Extra-Vorführung bekommen und hat sich einmal ganz genau das neue WebOS von Palm angeschaut. Neben mir sitzt mein Kollege Markus Gögel und ich bin Stefan Schomberg und wir werden durch dieses kurze Video führen. Wir haben es oft genug gelesen und gehört, die Firma Palm ist ziemlich am Ende. Die Verluste sind größer als die Umsätze. Jetzt soll das Palm Pre allerdings komplett das Steuer herumreisen, die Firma eine neue große Zukunft führen. Stefan, wird die das schaffen? Tja, anfassen durften wir es leider auch nicht in Barcelona, aber was wir sehen konnten, das sieht wirklich absolut brillant aus und ich bin eigentlich guter Hoffnung und ich denke, sie werden es schaffen. Das Pre verwendet viele neue Techniken. Hier sehen wir gerade den Stone, das ist ein drahtloses Aufladegerät. Das verwendet eine Technik, die man sonst nur von der elektrischen Zahnbürste kennt, das heißt Induktion. Das Handy wird mit einem Magnet festgehalten und der Strom geht in das Gerät ein, ohne dass ein Kabel verwendet werden muss. Ja, das neue WebOS ist so ausgelegt, dass es überall extrem intuitiv ist, was man hier auf jeden Fall schon mal gleich ganz schön sehen kann. Es ist schon mal sehr schnell, es ist absolut ruckelfrei und flüssig, wie man hier durch die Kontakte zum Beispiel scrollen kann. Also es ist schon mal ziemlich gut, zumal wir hier noch keine endgültige Verkaufsversion gesehen haben. Beim Palm Pre sieht man überhaupt keine Knöpfe, mit denen man zum Beispiel wieder in das vorherige Menü zurückkommt. Dafür hat Palm sich was einfallen lassen und zwar gibt es unter dem Display ja so ein kleines kapazitives Feld, wo man halt Gestensteuerung ja ausführen kann. Hat man gerade schön gesehen, mit einer kleinen Bewegung von rechts nach links kommt man also wieder zurück, immer in das jeweilige Menü. Hier haben wir jetzt gerade eine andere Gestensteuerung oder eine andere Geste gesehen und zwar von unten nach oben. Das öffnet nämlich dann den sogenannten Application Starter und da kann ich dann quasi wiederum Programme auswählen. Mit der gleichen Geste kann ich ihn anschließend auch wieder schließen. Der Bildschirm erinnert ans iPhone, obwohl er ein bisschen kleiner ist. Er hat dieselbe Auflösung und er ist vor allem genauso Multitouch-fähig. Da kann Palm allerdings noch ein paar Überraschungen erleben. Vielleicht kommt da doch bald mal eine Klage rein. So, was wir jetzt hier dann sehen, das sind die sogenannten Decks, was da nach rechts und links weggeschoben wird wie Spielkarten. Das sind alles einzelne geöffnete Programme, die in einer verkleinerten Darstellung angezeigt werden. Wenn man drauf tippt, werden sie groß und wenn man es dann nach oben wegschiebt, das Programm, damit wird es geschlossen. Ja stimmt und das Faszinierende ist ja, das sind ja absolut Live-Applications, die sich also auch immer weiter aktualisieren und nicht einfach nur irgendwelche Darstellungen oder irgendwelche Bilder. Hier sieht man gerade schön das Schließen, einfach nur oben aus dem Bildschirm raus bewegen, rausschnipsen quasi und schon sind die einzelnen Karten geschlossen. Natürlich kann man es auch wunderbar, wie man hier auch wieder schön gesehen hat, neu anordnen, alles ganz frei, alles ganz beliebig. Ein interessantes Detail ist, dass auch diese ganze Oberfläche in einfachen Webtechniken programmiert wird. Also jeder der CSS, JavaScript und HTML kann auch neue Applikationen für das Palm Pre erstellen. Hier sehen wir die neue Applikation Synergy. Das ist eine Art Telefonbuch, aber noch viel mehr. Palm verwendet da einen vollkommen neuen Ansatz. Es werden nämlich Informationen über eine Person aus allen möglichen Quellen zusammengefasst. Also die Informationen kommen aus Facebook, Google Mail, aus dem Telefonbuch, aus Outlook und werden unter einem Namen gemeinsam dargestellt. Und wenn da zum Beispiel jemanden in Facebook seinen Status verändert, dann verändert sich das auch sofort in diesem supermodernen Telefonbuch des Palm Pre. Ja, das gilt natürlich auch für den Kalender. Ich kann mir zum Beispiel zwei Kalender machen, einen für die Arbeit und einen für die Freizeit. Und kann trotzdem alle Informationen zusammen sammeln und mir anzeigen lassen, wenn ich es möchte, auch wieder einzeln herausfiltern. Und Palm arbeitet auch oder achtet auch auf Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich einen Freiraum habe an einem Tag von mehreren Stunden, der einfach nur, ja, ich sag mal Platz auf dem Display einnehmen würde. Das wird dann einfach zusammengestaut dargestellt und so habe ich eine weitaus bessere Übersicht. Das ist wirklich das Besondere am Palm Pre. Alle Sachen werden immer gemeinsam dargestellt. Hier sehen wir zum Beispiel die gemeinsam dargestellten Inboxen für die E-Mails. Normalerweise hat man ja einen privaten Account zum Beispiel bei Gmail, dann noch einen Exchange-Account bei der Firma und dann vielleicht noch irgendwo eine andere E-Mail-Adresse für besondere Anlässe. Diese Informationen aus diesen Postfächern kann man sich entweder gemeinsam anzeigen lassen, wie man es vielleicht auch schon von Blackberry kennt, oder auch einzeln. Und es wird HTML immer schön ordentlich dargestellt, direkt in der E-Mail. Und man kann dann auch immer entscheiden, wie man auf eine Nachricht antwortet. Also aus der E-Mail heraus kann man entweder eine E-Mail schreiben oder eine SMS oder eine Instant Message schicken. Das Handy stellt sofort zu jeder Person alle Kommunikationsformen zur Verfügung, weil durch Synergy alles halt immer gemeinsam zu einer Person verwaltet wird. Ja, und die Volltastatur, die kann man nicht nur verwenden, um ganz normale Nachrichten zu schreiben, sondern, ja, Palm hat uns ganz stolz präsentiert, man kann einfach mal lostippen und anschließend dem Gerät dann sagen, ja, ich möchte jetzt gerne das, was ich gerade eingegeben habe, zum Beispiel, ja, über Google suchen lassen, sieht man jetzt ja auch gerade. Und schon geht das Gerät los ins Netz und gibt mir die entsprechenden Informationen, ja, halt von Google. Ja, wie Stefan, Google-Sucher hat doch jeder. Also, was ist jetzt da dran, das Neue? Ja, das Neue ist, beim Palm Pre kann ich einfach mal drauf lostippen und anschließend mir überlegen, ja, von wem lasse ich es denn jetzt zum Beispiel suchen. Und nicht andersrum, ich habe eine Google-Suche und kann da was eingeben. Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Sache. Hier sehen wir jetzt gerade den Browser im Einsatz. Gesumt wird mit einmal kurz draufklopfen, wie bei Opera, oder hier mit Multitouch, wie beim iPhone. Es wird genau dieselbe Geste verwendet. Zwei Finger werden auseinandergezogen und schon werden die Buchstaben größer. Was wir jetzt gerade sehen, ist natürlich ganz typisch der Lagesensor im Einsatz. Stefan, warum stehen da die Buchstaben auf dem Kopf? Ja, nicht die Buchstaben stehen auf dem Kopf, sondern das Handy ist einfach jetzt nur auf den Kopf gedreht. Die Schrift bleibt immer lesbar, da das Palm Pre nämlich durch den Lagesensor das jeweils anpasst. Das können andere Geräte bis jetzt nämlich meistens nicht. Was wir hier jetzt sehen, sind nicht verschiedene geöffnete Programme, sondern verschiedene geöffnete Webseiten. So sehen die Tabs aus im Browser vom Palm Pre. Man kann da zwischen hin und her wechseln, indem man halt mit dem Finger nach rechts und links schiebt. Jetzt hat der Herr vom Palm, der uns das vorgeführt hat, von unten her den Application Starter reingeschoben. Das waren die eigens für die verschiedenen Programme. Und was macht er denn jetzt eigentlich, Stefan? Ja, er schreibt jetzt so eine kleine Notiz und zeigt uns nämlich auch gleich damit, ja, mit dem Palm Pre kann ich einfach weiterarbeiten, ohne gestört zu werden. Es gibt ja manchmal solche Situationen, da kommt dann plötzlich, während ich was schreibe, ja, eine Nachricht von meinem Kalender hoch. Ich habe einen Termin gestellt oder sowas in der Art. Beim Palm Pre kann ich einfach weiterschreiben und dann später meinetwegen diese Nachricht mir anschauen oder diesen Kalendereintrag. Ja, man wird wirklich überhaupt nicht unterbrochen. Von unten her kommt die Nachricht, oben kann man weiterschreiben. Schön ist auch, das Gerät speichert ständig alles zwischen, ohne dass man überhaupt einen Speicherknopf drücken muss. Wenn sich das Gerät aufhängen würde, wären immer noch alle Infos da. Mehr solche Details erklären wir euch bei dem ausführlichen Testbericht auf errormobile.de. Ja, das stimmt. Und ich freue mich mal richtig auf diesen ausführlichen Testbericht. Wir werden allerdings noch ein paar Überraschungen erleben. Vielleicht kommt da doch bald mal eine Klage rein. So, was wir jetzt hier dann sehen, das sind die sogenannten Decks. Was da nach rechts und links weggeschoben wird, wie Spielkarten. Das sind alles einzelne geöffnete Programme, die in einer verkleinerten Darstellung angezeigt werden. Wenn man drauf tippt, werden sie groß. Und wenn man es dann nach oben wegschiebt, das Programm, damit wird es geschlossen. Ja, stimmt. Und das Faszinierende ist ja, das sind ja absolut Live-Applications, die sich also auch immer weiter aktualisieren und nicht einfach nur irgendwelche Darstellungen oder irgendwelche Bilder. Hier sieht man gerade schön das Schließen. Einfach nur oben aus dem Bildschirm raus bewegen, rausschnipsen quasi. Und schon sind die einzelnen Karten geschlossen. Natürlich kann man es auch wunderbar, wie man hier auch wieder schön gesehen hat, neu anordnen. Alles ganz frei, alles ganz beliebig. Ein interessantes Detail ist, dass auch diese ganze Oberfläche in einfachen Webtechniken programmiert wird. Also jeder der CSS, JavaScript und HTML kann auch neue Applikationen für das Palm Pre erstellen. Hier sehen wir die neue Applikation Synergy. Das ist eine Art Telefonbuch, aber mit in das Gerät ein, ohne dass ein Kabel verwendet werden muss. Ja, das neue WebOS ist so ausgelegt, dass es überall extrem intuitiv ist, was man hier auf jeden Fall schon mal gleich ganz schön sehen kann. Es ist schon mal sehr schnell. Es ist absolut ruckelfrei und flüssig, wie man hier durch die Kontakte zum Beispiel scrollen kann. Also es ist schon mal ziemlich gut, zumal wir hier noch keine endgültige Verkaufsversion gesehen haben. Beim Palm Pre sieht man überhaupt keine Knöpfe, mit denen man zum Beispiel wieder in das vorherige Menü zurückkommt. Dafür hat Palm sich was einfallen lassen. Und zwar gibt es unter dem Display so ein kleines kapazitives Feld, wo man halt Gestensteuerungen ausführen kann. Hat man gerade schön gesehen, mit einer kleinen Bewegung von rechts nach links kommt man also wieder zurück, immer in das jeweilige Menü. Hier haben wir jetzt gerade eine andere Gestensteuerung oder eine andere Geste gesehen, und zwar von unten nach oben. Das öffnet nämlich dann den sogenannten Application Starter. Und da kann ich dann quasi wiederum Programme auswählen. Mit der gleichen Geste kann ich ihn anschließend auch wieder schließen. Der Bildschirm erinnert ans iPhone, obwohl er ein bisschen kleiner ist. Er hat dieselbe Auflösung und er ist vor allem genauso Multitouch-fähig. Da kann Palm noch viel mehr. Palm verwendet da einen vollkommen neuen Ansatz. Es werden nämlich Informationen über eine Person aus allen möglichen Quellen zusammengefasst. Also die Informationen kommen aus Facebook, Google Mail, aus dem Telefonbuch, aus Outlook und werden unter einem Namen gemeinsam dargestellt. Und wenn da zum Beispiel jemanden in Facebook seinen Status verändert, dann verändert sich das auch sofort in diesem supermodernen Telefonbuch des Palm Pre. Ja, das gilt natürlich auch für den Kalender. Ich kann mir zum Beispiel zwei Kalender machen. Einen für die Arbeit und einen für die Freizeit. Und kann trotzdem alle Informationen zusammensammeln und mir anzeigen lassen, wenn ich es möchte, auch wieder einzeln herausfiltern. Und Palm arbeitet auch, oder achtet auch auf Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich einen Freiraum habe an einem Tag von mehreren Stunden, der einfach nur, ja, ich sag mal Platz auf dem Display einnehmen würde. Das wird dann einfach zusammengestaut dargestellt. Und so habe ich eine weitaus bessere Übersicht. Das ist wirklich das Besondere am Palm Pre. Alle Sachen werden immer gemeinsam dargestellt. Hier sehen wir zum Beispiel die gemeinsam dargestellten Inboxen für die E-Mails. Normalerweise hat man ja einen privaten Account, zum Beispiel bei Gmail. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat Palm das Palm Pre gezeigt. Und Aria Mobile hat eine Extra-Vorführung bekommen und hat sich einmal ganz genau das neue WebOS von Palm angeschaut. Neben mir sitzt mein Kollege Markus Gürgel und ich bin Stefan Schomberg. Und wir werden durch dieses kurze Video führen. Wir haben es oft genug gelesen und gehört, die Firma Palm ist ziemlich am Ende. Die Verluste sind größer als die Umsätze. Jetzt soll das Palm Pre allerdings komplett das Steuer herumreisen. Die Firma eine neue große Zukunft führen. Stefan, wird die das schaffen? Tja, anfassen durften wir es leider auch nicht in Barcelona. Aber was wir sehen konnten, das sieht wirklich absolut brillant aus. Und ich bin eigentlich guter Hoffnung und ich denke, sie werden es schaffen. Das Pre verwendet viele neue Techniken. Hier sehen wir gerade den Stone, das ist ein drahtloses Aufladegerät. Das verwendet eine Technik, die man sonst nur von der elektrischen Zahnbürste kennt. Das heißt Induktion. Das Handy wird mit einem Magnet festgehalten und der Strom geht. Dann noch einen Exchange-Account bei der Firma und dann vielleicht noch irgendwo eine andere E-Mail-Adresse für besondere Anlässe. Diese Informationen aus diesen Postfächern kann man sich entweder gemeinsam anzeigen lassen, wie man es vielleicht auch schon von Blackberry kennt, oder auch einzeln. Und es wird HTML immer schön ordentlich dargestellt, direkt in der E-Mail. Und man kann dann auch immer entscheiden, wie man auf eine Nachricht antwortet. Also aus der E-Mail heraus kann man entweder eine E-Mail schreiben oder eine SMS oder eine Instant Message schicken. Das Handy stellt sofort zu jeder Person alle Kommunikationsformen zur Verfügung. Weil durch Synergy alles halt immer gemeinsam zu einer Person verwaltet wird. Ja und die Volltastatur, die kann man nicht nur verwenden, um ganz normale Nachrichten zu schreiben. Sondern ja, Palm hat uns ganz stolz präsentiert. Man kann einfach mal lostippen und anschließend dem Gerät dann sagen, ja, ich möchte jetzt gerne das, was ich gerade eingegeben habe. Zum Beispiel, ja, über Google suchen lassen, sieht man jetzt ja auch gerade. Und schon geht das Gerät los ins Netz und gibt mir die entsprechenden Informationen, ja, halt von Google. Ja, wie Stefan, Google-Sucher hat doch jeder.